Netzwerk Prioritäten festlegen Jeder, der ein Notebook besitzt und sowohl über LAN als auch über WLAN ins Internet geht, lernt die Vorteile beider Möglichkeiten zu schätzen. Standardmäßig nutzt Windows die WLAN-Verbindung zuerst, obwohl auch eine LAN-Verbindung, die in der Regel schneller ist, vorhanden wäre. Wie Sie dies ändern können und bevorzugt mit der LAN-Verbindung arbeiten, möchten wir Ihnen nachfolgend zeigen. Öffnen Sie das Startmenü und geben Sie im Suchfeld den Begriff Netzwerk ein. Öffnen Sie das Netzwerk- und Freigabe-Center und wählen Sie im linken Abschnitt den Eintrag Adapter-Einstellungen ändern aus. Über die Alt-Taste blenden Sie die Menüleiste ein. Wählen Sie dann im Menü Erweitert den Unterpunkt Erweiterte Einstellungen. Wählen Sie im Register Adapter und Bindungen die LAN-Verbindung aus und verschieben diese mit einem Klick auf das Symbol mit dem nach oben zeigenden grünen Pfeil an die erste Stelle. Übernehmen Sie die Einstellungen mit OK. Schon haben Sie die Priorität der LAN-Verbindung höher eingestuft als die der WLAN-Verbindung. Hat Ihr System also die Wahl zwischen LAN und WLAN, wird ab sofort die LAN-Verbindung bevorzugt. Einstellungen mit OK. Einstellungen mit OK. Einstellungen mit OK. Einstellungen mit OK. Einstellungen mit différents S議案 Die reveal, wenn die Einstellungen mit der Anformation belangria,